Hallo und Herzlich Willkommen bei Next Games AP. Wie ich bin heute Assassin's Creed Chronicles. Wir sind immer noch in der Indien Kampagne. Der 17. Part und es geht doch schon los. Viel Spaß. Wir sind letztes Mal gestorben und wir fangen natürlich wieder hier an. So das habe ich. Jetzt haben wir das. Das da oben. Das sollte reichen. Genau. Den können wir ausschalten. Schneller kommen. So. Ah ne. Hier. Warte mal. Ach zu spät. Egal. Gehe ich kurz da rein. Ah. Shit. Aufpassen. Das habe ich schon. So. Jetzt muss ich warten bis sie wieder kommen. Okay. Da kommen sie. Ah ne. Das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Multi-Kill. Spam. Spam. Habe ich. Sehr gut. Got it. Habe ich. Nimm ich das wieder? Habe ich? Ne. Ich habe zu früh losgelassen. Ich bin voll auf jeden Fall. Geht nicht. Jetzt gehe ich da hin. Habe ich. Ich hoffe der sieht mich nicht. Jetzt gehe ich da nach oben. Habe ich. Da hin. Okay. So. Ich gehe da nach oben. Ich muss die Beine ausschalten. 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 Das ist alles. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall denken. Was? Was? Ich bin voll, ich muss warten. Oh, shit. Mann. Ok, da hab ich einen davon. Ok, er hat leider nicht. Das hat nicht geklappt. Shit, Mann. Ja, wirklich? Ok, sehr gut. Prima funktioniert. So, die lass ich da liegen. Jetzt geh ich weiter. Come on. Ok, die hab ich. Den hab ich. So, jetzt bin ich wieder da. So. Ok, der geht zurück. Der auch. Come on. So, ich geh jetzt da rum. Come on. Ok. Multi-Kill. Natürlich. Hab ich sehr gut. Aber ich muss aufpassen. Ok. 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 Da rein gehen. Verstecken. Ok. Ok. Kurz warten. Wenn der jetzt sich umdreht. Ok. So, jetzt... kurz dahin da ok der hat nur eine smoke oh shit oh shit da ist einer ich weiß nicht ob der hoch guckt da ist gar nichts die kann ich sehen okay die sehen mich gar nicht habe ich sehr gut jetzt wieder nach oben ich spring da ran da hoch wo ist der ok der darf nicht nach oben gucken also ich muss da auf jeden fall irgendwie anders rein kommen ich komme da rein warte mal ich jetzt seien gehe oh shit wo ist der ok der ist da jetzt gehe ich runter da komme ich gar nicht rein jetzt gehe ich wieder nach oben so ich glaube da komme ich nicht runter nee da komme ich nicht runter da auch nicht wo ist der ok der ist da der kommt wieder zurück ah die müssen auf jeden fall ein bisschen anders ok der ist da die können mich sehen jetzt geht der andere zurück ok der kommt da ich glaube die sind zu langsam oder nicht ah shit der muss ich auf jeden fall schneller umdrehen sonst schaffe ich das nicht ah shit kann ich vergessen die sind jetzt da der geht jetzt zurück ah shit man kann ich vergessen jetzt muss kurz warten ah der könnte mich sehen das ist ein kleines problem ok da ist die Tür offen da können die Gegner kommen ich bin mir nicht ganz sicher ok der kommt zurück und der kommt zurück die kommen beide gleichzeitig zurück ah shit äh wo sind die ok die sind da muss auf jeden fall nach oben kurz warten wenn die jetzt runter gehen oder sich umdrehen ok der hat mich nicht gesehen sehr gut ich hoffe die laufen an mir vorbei oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh no 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 oh man hätte oh shit man jetzt komme ich da nicht weg oder wie was ist das ich komme da nicht weg das gibt es nicht ich hoffe ich bin jetzt da oben und nicht wieder wieder anfang oh jetzt bin ich wieder anfang man man echt ja ok so meine Freunde das war der 17. Part von Assassin's Creed Chronicles wir sehen uns in den nächsten Part next games episode raus haut rein wir sehen uns wir sehen uns Untertitelung des ZDF, 2020